Hi, ich bin Carlos, 33, aus München. Sei heute dabei bei meiner Transformation bei OC. Ich bin Carlos, 33, aus München. Ich bin Carlos, 33, aus München. Ich fühle mich wirklich mega gut und ich fühle mich so ein bisschen wie neu geboren. Ja, und das war ja immer mein Wunsch so auszusehen. Ja, und ich habe es halt immer ein bisschen aufgezogen oder herausgezögert, um Sachen anzupacken. Ja, und ich bin jetzt wahnsinnig stolz auf mich, dass es jetzt funktioniert hat und fühle mich so ein bisschen wie neu geboren, muss ich sagen. Und die ersten Tage würde sich das wahrscheinlich noch so ein bisschen anfühlen wie ein Traum, dass man da irgendwie bloß nicht wach werden möchte. Das fühlt sich an, es fühlt sich nicht anders an, als wenn ich vielleicht eine Käppi trage, minimal. Das ist kein Unterschied, also das ist kein unangenehmer, kein unangenehmes Gefühl auf jeden Fall. Ich hatte mein Leben lang auch irgendwie schon vor, da seit vielen, vielen Jahren mehr auf mich zu achten, um auch vielleicht ein bisschen abzunehmen, fitter zu werden. Und es gibt einfach nur ein Wort und das heißt jetzt.